Den Wasserhahn aufdrehen und sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben, nicht überall auf der Welt ist das so selbstverständlich wie in Österreich. Es ist sehr selten, da gibt es wenigste Länder der Welt, die das von sich behaupten können. Und das hat eigentlich nur damit zu tun, dass tausende Menschen täglich dafür sorgen, dass das so ist. Damit sauberes Trinkwasser immer und überall zur Verfügung steht, braucht es die nötige Infrastruktur. Um über 1100 Wasserversorgungsanlagen in Oberösterreich kümmern sich Wassergenossenschaften. Auch darum, dass das Wasser fließt, wenn der Strom für die nötigen Pumpen ausfällt. Was man nicht vergessen darf ist, wenn die Wasserversorgung, die Trinkwasserversorgung ausfällt, funktioniert auch die Toilette nicht mehr. Und dann speziell in größeren Städten könnte das schon ein Hygieneproblem werden, da schauen wir drauf. Und wie gesagt, wenn jemand nicht an eine zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen ist, dann bitte ich darauf zu achten, auf die Eigenverantwortung. Weil der hat dann, wenn er keinen Strom hat, wahrscheinlich auch kein Wasser. Aber auch die Wasserqualität muss beobachtet werden, so die Experten beim Trinkwassertag des oberösterreichischen Wassergenossenschaftsverbands. In Österreich haben wir es ja sehr gut, weil wir ja zu 100 Prozent aus Grundwasser unser Trinkwasser beziehen. Das ist ganz anders, als wenn Trinkwasser aus einem Oberflächenwasser oder vielleicht sogar aus einer wiederverwerteten Wasser verwendet werden muss. Viele seien sich des Werts von sauberem Trinkwasser nicht bewusst, sagen die Wasserverbände. Schon Kinder sollten darauf hingewiesen werden, dass reines Wasser keine Selbstverständlichkeit ist. Leider wird oft, allein durch das Auftreten vom Wasserhahn, geglaubt, das funktioniert alles, es ist alles super, ich habe es eh so schön. Und da fehlt sicher, dass man den Leuten sagt, da hängt Arbeit dahinter, das ist wertvoll, das hat auch seinen Preis. Und das muss man immer wieder trotzdem in Erinnerung rufen und bei so Infoveranstaltungen gelingt das ganz gut. Wasser ist in Österreich im Eigentum der öffentlichen Hand. Das soll auch so bleiben, so die Verantwortlichen für die Wasserversorgung. Ich bin strikt gegen eine Privatisierung. Das ist in diesen Bereichen, hat man immer wieder gesehen, eher schlecht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das obliegt dann sozusagen nach wie vor dem Bürgermeister und dem Gemeinderat, die dafür Sorge tragen, dass auch der Preis passt, dass die Instandhaltung passt. Ob das dann eine Aktiengesellschaft ist, eine GmbH oder eine Genossenschaft, ist dann eigentlich egal. Hauptsache, jeder hat jederzeit Zugang zu sauberem Trinkwasser. Davon verbrauchen Herr und Frau Österreicher durchschnittlich 130 Liter am Tag.